es und damit hat sie kommt zu diesem Video ich spiele heute Solo Rang n krass gerade meist genießt Prozent wir mitbekommen habt es kommen die neue Season am Sonntag raus nach Wendel wo tut sie wahrscheinlich was wir dann drei Stunden beginnt Prozent gut lockt ist dabei und Mose Lee Moosie mit Kürtler wenn diese der Räte ein Defender auf Operation Börter weisend Air Force wurde mehr und dann würde ich mal sagen ich bin komplett abgestiegen mit dem Rang ich spiele sonst komplett anders KD hier deswegen ich spiele jetzt von Rönschken nicht eingespielte Rangrunde also auch ich bin komplett auf dem Rangrunde ich bin komplett nicht ich bin komplett so und jetzt wird auch schon das Match gefunden auf Borda da hörst du schon die Teemates, was heißt hören, äh, ich spreche auf den Fernseher, Dana, Gamer, Elgato, YouTube, Joe's, Penny, Brolyboy Entschuldigung, Ambry ich sollte mir, glaube ich, Pultilitolen sein, aber egal K1 auf Vigil, nice die Skorpion Ero auf Ella wenigstens Schottgangspielerin schau, dass man die Stats immer so sehen kann, Level und so ein bisschen belastend finde ich nicht gerade cool schau, was ist noch seine K2 auf Dramatische K2 oder k2 K2 K3 K3 K2 K3 K3 K4 Wie gesagt, die U war eingespielt, ne? Ich schalte das, ich glaube es her. Eingespielt. Ich habe gerade ein kleines Gamelag. Läuft. Ich habe gerade ein kleines Gamelag. Ich habe gerade ein kleines Gamelag. Ich habe gerade ein kleines Gamelag. Ich bekomme es scherz. Da sollte ich einer hoch Ich hab ihn nicht gesehen wegen dem Seil Ich hab halt voll aufs Seil geachtet und so Ich hab den nicht erkannt Der Typ hat Gold Gold Das ist klar Ich hab den nicht erkannt Ich hab ihn nicht gehört Ich hab ihn nicht gehört No Scopes wenn du dann triggert dann hättest du eigentlich immer dein Lays auf gut Deutsch gebracht Gold Kapkan Die kleine Kapkantheiber hab ich entdeckt Nehmen wir direkt an der Tür Die scheiße Die scheiße Ich raste gleich aus Was Mann dieses Lack von den Typen Nöööö Pfff Pfff Pft 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 Bis zum nächsten Mal. Was ist das? Red Dot, nicht schlecht, ich bin zweifel reflexenden Dingen, Suppressor, aber auch nicht schlecht mit Red Dot, muss ich mal ausprobieren, wieso wollen die wirklich Schalter Die Schalter hat es nicht gut, aber es ist nicht schlecht, ich weiß, dass sie nicht Der Waffe findet die Magazin an der wie viel Schuss man hat. Das finde ich viel zu wenig. Der Waffe findet ihr jetzt. Sie haben sich getötetet von Hostiles, zurück! Wow. Deine Wand ist verstärkt worden, läuft. Ah, okay. Dieser Blitz, what the fuck, wieso ist der eine über mir mit dem Assist? Egal, der Anstieg 7.0, der gegönnt euch. Soll ich immer für Twitch diese Heilzahnung haben, dann habe ich das S-Pack geöffnet. Was ist bei mir? Episch. Black Ice. For Twitch. Manchmal eigentlich immer die Heilzahnung haben. Weil ich halt... Eigentlich Twitch Main-Spieler... Ne, so. Haben wir jetzt gerade kein Metzer mit dem ich mich absprechen kann, deswegen spielt Fetcher. Ja. Weil wir waren haben und haben halt und, äh, ja. Ey, muss man haben. Wäre zumindest groß zum Vorteil. Wir lassen uns halt, dass Fetcher jetzt noch die Cam deaktiviert. 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 Bollieren. Bullieren. Wir gerne. ordered Fertcher jetzt! Was ist das? dann sieht man halt kein Gegner kann man auch machen ja absolut gejoggt, Silbo eingespielt und so halt ne gucken ob Alpha Pack am Start ist, sonst würde ich sagen das war's ich öffne kurz das Alpha Pack sich quer Geile Kamo wie wir das mit der Weile auch was seine Kommentare was für eine Farbe denkt ihr sie schätzt ihr seit auch ehrenvoll und haupte das Video ich höre uns weiß Skyway Egal das war's mit dem Video, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao